Ich mag BO4 seit gestern Was? 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 Er mag BO4 seit gestern? Was ist... Was ist denn falsch bei dem? Was? 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 Das ist der nicht! Das ist nicht Adrian! Nee, nee, nee! Das ist Fake-Komete, Alter! Das ist der nicht! Jungs, ich bin's wirklich! Und das ist gerade meine erste Runde in BO4, also für heute. Ich habe gestern, glaube ich, 5 bis 10 Runden gespielt... 5 bis 10 Runden, was labere ich? 10 bis 15 Runden gespielt. Und Jungs, es hat Spaß gemacht. Es ist gar nicht mal so schlecht. Und ich fühle mich gar nicht... Ich fühle mich gar nicht so schlecht in dem Spiel. Obwohl... Wisst ihr... Nicht, dass ich mich nicht so schlecht fühle in dem Spiel. Es macht Spaß! Ich weiß! Ich weiß! Beruhigen wir uns alle! Es macht Spaß! Hydra hat gesagt, dass BO4 Spaß macht! Ähm, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ne, Jungs. Jetzt mal genug von der Scheiße hier. Jungs, es ist gut, okay? Und hier ist ja wieder der obligatorische Gameplayer-Riss, aber ist mir egal. Ist auch ein BO3 oder so gewesen. Aber, Jungs, ich spockt halt einfach, ne? Ich fühle mich gar nicht so schlecht. Und ich weiß nicht, ich wiederhole mich gerade, ne? Aber, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, wie es dazu gekommen ist, dass ich BO4 spiele. Ich habe... Ich habe einen Scaff! Was? 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 Er hat Scaff! Oh mein Gott, er hat einen Scaff, Dinger! Nein, 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 nein! Warum bist du denn hier BO3, du Hohenzohn? Aber, Jungs, also, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte vier, ja, vier, genau, vier Scaffs. Der eine ist kaputt, der Hydra-Scaff. Der Regen-Kombi-Scaff ist kaputt. Den anderen Scaff habe ich einen Kollegen damals geschenkt, schlimmster Fehler meines Lebens. Und den anderen Scaff, der war für Scheunde, der mich in Spanien bin. Und wisst ihr was? Ich habe ihn einfach gefunden. Ich bin eigentlich wieder gefunden. Du müsst euch vorstellen, ich wache auf, ich stehe auf, kletterbe hoch, geht zu einer Playstation-Verpackung, die ganz oben am Schrank ist, drehe die Playstation-Verpackung zur Seite um, mache es auf, und dann hole ich den Scaff raus. Da habe ich einfach rausgeholt. Er war verpackt in 10.000 Millionen für für das 74.000 Milliarden Verpackungen, warum das halt der Umzug-Kaliber steht, obwohl er eigentlich eh kaputt ist, aber... Jungs, ich habe jetzt einen Scaff am Start. Und das Problem ist, ich kann mit dem Scaff auch kein BO3 spielen. Warum kannst du kein BO3 mit dem BO4 durchstück Scheiße? Spiel jetzt BO3! Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, dass das linke Paddle, mit dem ich scuffe, also mit dem ich X, also das X-Paddle, ist abgerissen. Ich habe das jetzt also so gebrochen. Dann habe ich das, dann habe ich das abgeschraubt, dass ich quasi nur den Knopf habe. Dann kannst du auch BO3 spielen! Nein, Jungs, kann ich nicht, weil ich mir dann den Finger breche. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, so 5, 6 Runden, und Real Talk, mein Finger war rot als alles andere und das hat wehgetan wie Sau. Deswegen habe ich mich jetzt gelassen, jetzt ein bisschen BO4 zu spielen, weil MWR war halt MWR, Ghost konnte ich nicht spielen, weil Jungs, 500 Leute, wenn ich Glück habe, 500 Leute, und joint dann die ganze Zeit auf Stonehaven nach und... Das ist nicht gut für mich, okay? Das ist nicht gut für mich, ne? Und, ähm, Jungs, die Rampart, sie fühlt sich an wie die FG42, bloß besser. Ihr müsst euch vorstellen, die Waffe schießt richtig langsam, hat einen guten Damage, und Jungs, es ist die FG42. Ich komme halt gar nicht drauf klar, ich bin mal mit der Dachgarten abgespeckt, und hier sehen wir gerade mein Held in der Not, Digga, Sergio4791, Alter, du bist mein Held, Alter, Kuss geht raus an den Typen, er hat mir so meinen Arsch getötet, und mir verreckt ihr von der 20er-Streak, Sad Life an der Stelle. Aber Jungs, ne, es ist... Ich hätte nie gedacht, dass ich, ich sage, der Typ, der in seinem letzten Video noch BO4 gehatet hat, dass BO4 gut ist. Also, dass es jetzt gut ist. Jungs, es gibt ein Spiel eine Chance. Ich meine, ich bereue es gerade, dass ich ein Spiel keine Chance gegeben habe, weil es macht einfach Spaß. Es ist, es ist die Schlechtung. Was heißt, was ist, also BO3 ist natürlich love, ne? Also BO3 ist natürlich BO3, Digga. Das steht überall, aber... BO4 ist gut. Es ist, es ist, es ist... Wisst ihr, wie schwer es für mich ist, diesen Satz zu sagen? BO4 ist gut. Das in meinen Kopf zu kriegen... Also klar, klar, klar. Es ist nicht so anschaulich wie BO3, aber es macht Spaß und hier habe ich keinen Aim mit der Scheiß Kordoff, aber... Jungs, ne? Es ist, es ist einfach egal. Es ist einfach geil. Es ist, es ist nicht schlecht. Es ist nicht overpowered. Es ist, es ist einfach okay. Und für das, für das, dass ich ohne meinen richtigen Sticks spiele und all das, muss ich wirklich sagen, es ist gut. Es ist meine erste Runde. Ich mache eine 20er-Streak, Digga. Respekt geht raus. Aber Jungs, das gab mir nicht dazu. Ich bin raus. Schreibt, wenn ihr mehr BO4 sehen wollt. Hau da rein. Tschüssi.